moin leute was geht hier ist wieder euer geist heute in diesem video möchte ich euch zeigen wie ihr unendlich viele energie minen werfen könnt und zwar braucht ihr hierfür erstmal eure energie minen auf stufe 3 so dass ihr zwei ladungen tragen könnt und danach führt ihr eure ladungen auf also eure energie minen bis ihr zwei ladungen habt so sobald jetzt eine energie minen geworfen hat und danach direkt einen zombie tötet fühlt sich eure zweite mine wieder auf also leute ihr wirft eine mine tötet einen zombie und habt direkt wieder eine aufgefüllt so das war es auch mit dem video leute falls euch das video gefallen hat lasst doch ein like da schreibt mir in die kommentare und für all die die noch kein abo bei mir haben können das an dieser stelle sehr gern ändern ansonsten und bis zum nächsten mal so 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 so